So in diesem Video zeige ich euch mal diese besondere Zahl, 2.147.483.648, das ist nämlich eine besondere Zahl Minecraft, wo es vielleicht mindestens 3 Limits gibt, vielleicht finde ich noch mehr, aber ich habe bis jetzt 3 gefunden, dann zeige ich euch mal das erste Limit ist, jetzt muss ich, ja ich bin in Game Mode 1, muss ich verfliegen, dann muss ich erstmal eingeben, ich muss die Koordinaten noch wissen, hier die Koordinaten, hier steht tp 571, das ist jetzt die 2.147.483.648. Und eins. Und ich schauke mich down vor erstmal. Ich muss ein wenig an Regen erzeugen. Es wird dunkel und da unten sieht es komisch aus. Ganz komisch aus diesem Schnee. Hier ist ein Schnee. Man sieht, hier hört der Schnee plötzlich auf, auf die Koordinaten ungefähr. So sieht es hier oben drüber aus. Bei Regen ist das genauso. Ich muss jetzt mal ein bisschen fliegen und vielleicht fühle ich mich auch im Regen. Aber bei Regen ist das auf jeden Fall genauso. So sieht die vegan komisch aus. Habe ich schon mal in einem Video gezeigt, dass es diese langen Stangen ganz weit oben gibt. Dann geht das die zweite Sache. Dazu muss ich mich erstmal wieder zurück teleportieren. Ich glaube, in dem Moment ist es zu laut. Wenn ich mich noch hören kann. So müsste es vielleicht gehen. Und da konnte man eigentlich nur Schnee sehen. Weil ich bin ja nicht so eingestellt, dass es hier nur Schnee ist. Ich bin halt deswegen gerade von Regen gefunden. Weil es einmal ein bisschen höher, wenn es weiter schneit. Das Abhöhe 460 schneit es ja nicht immer. Aber erstmal weiter zu diesen 2 Milliarden 1 Juni. 2 Milliarden 1 Juni, 483.648, geht da nicht. Oh Enderman. 2 Milliarden 1 Juni, 483.648, geht da nicht. Also nochmal 1 Juni, 2 Milliarden 1 Juni, 483.648, geht da nicht. Das sind 247.648, geht da nicht. Ich guck erstmal, das sind 24.791 Level fast voll, weiter geht das nicht, also wenn ich so viel weiter runter töten würde, würde ich weiter voran gehen, da so ein Webinar-Zeichner hängt. Das waren jetzt alle drei Sachen, ich hoffe das Video hat als gefallen, gebt einen Daumen nach oben, teilt das Video und abonniert mich, werde ich nicht hüpfen. Ich muss einfach noch Spinner umbringen lassen.